Hallo liebe Brüder und Schwestern, ich hoffe es geht euch gut. Heute präsentiere ich euch ein ganz besonderes Video, in dem ich eine wertvolle Lehre weitergeben möchte, die vom bekannten heiligen Pater Pio von Pietrelcina inspiriert ist. In diesem Video werde ich fünf Gründe enthüllen, warum Sie darüber nachdenken sollten, den Rosenkranz unter Ihr Kopfkissen zu legen. Diese einfache Handlung kann Ihr spirituelles Leben mit Trost und unzähligen Segnungen bereichern. Dieser Inhalt ist eine Interpretation der Lehren und Erfahrungen, die im Leben von Pater Pio berichtet werden, sowie der Botschaften, die er uns hinterlassen hat. Bevor ich auf die Details eingehe, möchte ich Sie bitten, dieses Video zu liken und Ihre Gebetsanliegen in den Kommentaren zu hinterlassen, damit wir die ganze Woche über für Sie beten können. Lernen wir also die fünf Gründe kennen, warum Sie den Rosenkranz unter Ihr Kissen legen sollten. Erstens ist es eine Stärkung unserer Gebetspraxis. Pater Pio lehrt uns mit seinem tiefen marianischen Glauben die Bedeutung des Rosenkranzes. Indem wir ihn unter unser Kissen legen, stellen wir eine besondere Bindung zu dieser kraftvollen Form des Gebets her, die uns motiviert, uns jeden Tag Zeit zum Beten zu nehmen und so unsere Verbindung mit der Jungfrau Maria und Jesus zu stärken. Diese von Pater Pio vorgeschlagene Praxis geht über eine einfache körperliche Aktion hinaus. Sie stellt eine Geste tiefer Hingabe und Glaubens dar, da den Rosenkranz unter das Kissen zu legen nicht nur eine Erinnerung ans Beten ist, sondern vielmehr eine Absichtserklärung, eine persönliche Verpflichtung, im ständigen Dialog mit dem Göttlichen zu leben. Diese symbolische Handlung dient als Portal und öffnet unsere Herzen, um die Gnaden und spirituelle Führung zu empfangen, die wir für die Bewältigung alltäglicher Herausforderungen benötigen. Indem wir den Rosenkranz in unsere Abendroutine integrieren, laden wir die beruhigende Gegenwart Marias in unser Leben ein und lassen uns von ihrer Fürsprache durch die Täler und Berge unserer spirituellen Reise führen. Darüber hinaus ist die physische Präsenz des Rosenkranzes unter dem Kissen eine spürbare Erinnerung an den himmlischen Schutz, der uns umgibt. In schlaflosen Nächten oder Momenten der Unruhe kann die einfache Berührung des Rosenkranzes Trost und Frieden spenden und uns an die ständige Liebe und Fürsorge unserer himmlischen Mutter erinnern. Diese physische Verbindung mit einem Gegenstand der Hingabe hilft uns, unseren Glauben in etwas Konkretem zu verankern und stärkt unsere spirituelle Widerstandsfähigkeit. Wenn wir uns dem Schlaf hingeben, wird der Rosenkranz zu einem spirituellen Schutzschild, der unseren Geist und unser Herz vor nächtlichen Ängsten und Sorgen schützt und uns darauf vorbereitet, erneuert aufzuwachen und bereit zu sein, einen weiteren Tag im Licht und der Liebe von Maria und Jesus zu leben. Zweitens fördert es Schutz und Führung, während wir schlafen. Pater Pio riet uns, den Schutz der Jungfrau Maria zu suchen und indem wir den Rosenkranz unter das Kissen legen, symbolisieren wir unsere Bitte, dass Maria uns beschützt, uns führt und uns in der Nacht beisteht, besonders in schwierigen Zeiten. Diese von Padre Pio empfohlene Praxis öffnet die Tür zu einem tieferen Verständnis der ständigen Wachsamkeit, die die Jungfrau Maria über ihre Kinder ausübt. Indem wir den Rosenkranz unter unser Kissen legen, laden wir Maria ein, die Hüterin unserer nächtlichen Träume und Gedanken zu werden. Diese Aktion geht über die physische Geste hinaus und wirkt auf der spirituellen Ebene, wo oft unsichtbare Schlachten ausgetragen werden. Es ist eine Anerkennung unserer Verletzlichkeit im Schlaf und ein Ausdruck des völligen Vertrauens in Marias Fähigkeit, uns ihren unerschütterlichen Schutz zu bieten. In diesem Zusammenhang wird der Rosenkranz zu einem Instrument der nächtlichen Weihe, in dem er jede Nacht der mütterlichen Unterstützung Mariens gewidmet wird und unsere geistige Rüstung gegen die Kräfte stärkt, die unseren Frieden stören wollen. Diese Praxis stellt eine direkte Verbindung mit dem göttlichen her. Insbesondere in einer Zeit, in der wir spirituellen Einflüssen, sei es durch Träume oder Meditation, offener gegenüberstehen. Die Präsenz des Rosenkranzes wirkt wie ein Leuchtfeuer, das Licht und Gnade in unseren intimsten Raum zieht und sicherstellt, dass wir auch in Momenten der Bewusstlosigkeit unter göttlicher Führung stehen. Dieser Glaubensakt schützt uns nicht nur, sondern lehrt uns auch, tiefer auf die Kraft des Gebets und der Fürsprache Mariens zu vertrauen. Er wird zu einer ständigen Präsenz in unserem Leben, zu einer Quelle des Trostes und der Führung, die uns durch die Dunkelheit der Nacht bis zum Anbruch eines neuen Tages voller Versprechen und göttlicher Präsenz begleitet. Drittens fördert es die spirituelle Erneuerung. Der Rosenkranz ist eine reiche Quelle der Gnaden und des Segens. Und indem wir ihn während des Schlafens in unserer Nähe halten, verbinden wir uns ständig mit dieser Quelle der Spiritualität, die unseren Geist belebt und uns in Zeiten der Herausforderung Kraft gibt. Die Integration des Rosenkranzes in unsere nächtliche Routine geht über die Suche nach Schutz und Führung hinaus. Es ist eine Einladung zu einer täglichen Begegnung mit dem Göttlichen, das sogar unsere Momente der Ruhe durchdringt. Diese Praxis wird zu einem Kanal, durch den die Segnungen frei fließen und unser Wesen mit Gnaden bereichern, die unseren Glauben erneuern und uns darauf vorbereiten, die spirituelle Reise mit neuer Kraft anzugehen. Das Beten des Rosenkranzes und die anschließende physische Präsenz während der Nacht ermöglichen es uns, in die Tiefen des christlichen Geheimnisses einzutauchen und mit Herz und Verstand über die Ereignisse im Leben Jesu und Marias nachzudenken. Diese kontinuierliche Meditation, auch wenn sie im Schlaf nicht aktiv ist, sät in unserem Unterbewusstsein die ewigen Wahrheiten des Glaubens, die sich allmählich zu einem tieferen Verständnis und einem stärkeren Engagement für unseren spirituellen Weg entwickeln. Darüber hinaus nährt diese Praxis beim Aufwachen ein Gefühl der ständigen Erneuerung. Jeden Morgen werden wir an unsere Hingabe und die Liebe erinnert, die Maria und Jesus für uns haben und bestärkt in unserer Entschlossenheit, im Einklang mit den christlichen Lehren zu leben. Dieser Zyklus aus Gebet und Erneuerung schafft einen spirituellen Rhythmus, der unser tägliches Handeln mit göttlichen Werten in Einklang bringt und uns dazu inspiriert, jeden Tag mit einer neuen Perspektive und einem herzenvollen Gnade anzugehen. Die Präsenz des Rosenkranzes fungiert daher als Anker, der uns fest mit unserem Glauben verbindet und dafür sorgt, dass wir selbst in den turbulentesten Zeiten die Gelassenheit und Kraft finden, um Hindernisse zu überwinden und jede Herausforderung in eine Chance für Wachstum zu verwandeln, spirituell und zur Vertiefung unserer Gemeinschaft mit dem Göttlichen. Viertens verwandelt es unser Zuhause in einen Zufluchtsort. Durch die Übernahme dieser Praxis wird unser Zuhause zu einem Ort des Friedens, der Liebe und des Gebets, umgeben von der Gegenwart und dem Schutz Marias und einer Atmosphäre der Hingabe BI all unseren täglichen Aktivitäten. Die Übernahme dieser heiligen Praxis, den Rosenkranz unter das Kissen zu legen, dient als ständige Erinnerung daran, dass unser physisches Zuhause die Werte und die Heiligkeit widerspiegeln kann und sollte, die wir in unserem Leben anstreben. Indem wir unsere intimsten Räume mit der Energie des Gebets und der Kontemplation erfüllen, beginnt jeder Winkel unseres Zuhauses mit der Schwingung des Glaubens zu schwingen und verwandelt sich in einen spirituellen Zufluchtsort, in dem die göttliche Präsenz spürbar ist. Diese Transformation wertet nicht nur die häusliche Umgebung auf, sondern schafft auch einen fruchtbaren Boden für persönliches und familiäres, spirituelles Wachstum. Unser so geweihtes Zuhause wird zu einem lebendigen Heiligtum, einem heiligen Raum, in dem die täglichen Interaktionen von einem größeren Bewusstsein für gegenseitige Liebe und Respekt durchdrungen sind. Inspiriert von den Lehren und Beispielen, Marias und Jesu bietet diese heilige Übung nicht nur einen Zufluchtsort vor äußeren Schwierigkeiten, sondern auch einen Treffpunkt mit dem Göttlichen, an dem jedes Familienmitglied seine spirituelle Verbindung pflegen, die Bindung zum Glauben und untereinander stärken und ein Gefühl der Einheit und des Ziels fördern kann. Diese gemeinsame Erfahrung geht über alltägliche Aktivitäten hinaus und erhebt die Erfahrung des Zusammenlebens zu einer spirituellen Praxis für sich. 5. Spendet es stillen Trost für das Herz. Da wir wissen, dass wir jederzeit, auch nachts, über ein kraftvolles Gebetswerkzeug verfügen, auf das wir zugreifen können, gibt uns das ein Gefühl der Sicherheit und des Vertrauens auf unserer spirituellen Reise. Die Praxis, den Rosenkranz vor dem Einschlafen unter das Kissen zu legen, stellt ein unzerbrechliches Vertrauensband zum Göttlichen her und erinnert uns daran, dass wir auf unserer spirituellen Reise nicht allein sind, auch in den stillen Stunden der Nacht. Diese physische Nähe zu einem Objekt, das so voller spiritueller und historischer Bedeutung ist, spendet unserem Wesen tiefen Trost und wirkt wie Balsam für die Sorgen und Ängste, die oft mitten in der Nacht Raum finden. Ein solcher Trost geht über das rein Emotionale hinaus. Es ist eine spirituelle Erfahrung, die unsere Seele nährt und unseren Glauben an die göttlichen Versprechen der Unterstützung und Führung bekräftigt. Dieses Gefühl von Schutz und Frieden stärkt uns innerlich und ermöglicht es uns, den Widrigkeiten des Lebens mit neuem Sinn und unerschütterlichem Vertrauen in die göttliche Vorsehung zu begegnen. Auf diese Weise wird der Rosenkranz nicht nur zu einem Gebetswerkzeug, sondern zu einem kraftvollen Symbol unseres Bundes mit dem Himmel und stellt sicher, dass wir selbst in unseren verletzlichsten Momenten über eine spirituelle Ressource verfügen, die uns direkt mit dem Herzen unseres Glaubens verbindet. Gehen Sie schließlich nie zu Bett, ohne über Ihren Tag nachzudenken, ihre Gedanken und ihre Ruhe dem Herrn zu widmen und denken Sie immer an den Schutzengel, der an Ihrer Seite ist. Bleib, Herr, bei mir, denn Deine Gegenwart ist für uns von grundlegender Bedeutung, damit wir Dich nicht vergessen, damit wir Kraft, Leben, Licht haben und Deinem Willen folgen können. Wir brauchen Dich, Jesus, auf diesem Lebensweg voller Gefahren, damit die Eucharistie unser Licht und unsere Kraft, die Freude unseres Herzens sei und Dich in diesem Leben und für die Ewigkeit in Liebe. Amen.